Lade Magazin! Der verbleibende Gegner! Gegner eliminiert, eigener Truppe erfolgreich! Ich habe ein neues Spagazin! Okay. Was ist das? Was ist das? Nur noch 15 Sekunden. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. 5 Sekunden noch. Mission gefährdet. Bombenentschärfungsgerät wurde platziert. Entschärfer organisiert. Die Bomben schützen. Den Entschärfer deaktivieren. Letzter verbleibender Operator des eigenen Trupps. Entschärfer wurde deaktiviert. Mission des eigenen Trupps erfolgreich. Entschärfer wurde deaktiviert. Elektronikscanner überprüft. Lade-Magazin! Ohne wurde eingesetzt. Gleich geht's Licht aus. Sie aufgespürt. Küche! Klopf, klopf. Lade-Magazin! 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 Okay. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Die Drohne der Gegner hat Bio-Gefahrgut-Behälter localisiert. Dann noch siehst du mich und jetzt nicht. Es bleiben 10 Sekunden. Störner wird aktiviert. 5 Sekunden. Geschützt den Liegegefahrgut-Behälter auf jeden Preis. Bauer auf. Aus Sicht muss man lieben. Legere Trommensmatte aus. Störner aktiviert. Oh, no. Okay. Shield. Nur noch ein Gegner übrig. Ich werde für die Kommensparte ein. Einer Truppe Siegreich. Alle Gegner eliminiert. Yes, baby. Ja, geht doch.